Herzlich Willkommen zum Neumondhoroskop April. Im April findet der Neumond ja im Zeichen Witter statt und Witter ist ja das Frühlingszeichen, wie man ja draußen schon sieht, die Natur sprießt, alles beginnt neu und es beginnen einfach die neuen Kräfte zu wachsen. Witter ist ja auch so das Symbol für Energie und mit dem Neumond im Witter ist es natürlich eine sehr gute Zeit, neue Dinge anzugehen, neue Projekte anzugehen, sich selber neu zu verwirklichen, vielleicht auch sportliche Ziele zu machen und da steht eigentlich so diese Aufbruchsenergie sehr im Mittelpunkt. Witter ist natürlich auch gewohnt, den eigenen Kopf durchzusetzen und gerade in dieser Zeit werden wir vielleicht auch dazu ermahnt, nicht nur auf dieses Was will ich, auf diese sture Ich zu achten, sondern gerade auch aufs Gegenüber einzugehen und eher Brücken zu bauen, bevor sonst einfach Konflikte entstehen, die unüberbrückbar sind. Und da lädt uns dieser Neumond auch dazu ein. Aber schauen wir einfach mal rein, was es so im Detail zu entdecken gibt bei diesem Horoskop. Da gibt es ein paar ganz interessante Aspekte. Also was gibt es zu entdecken? Wir haben den Neumond eben wie gesagt im Witterzeichen in einer Konjunktion zusammen haben wir Sonne-Mond und dabei steht auch noch der Merkur. Na ja, Merkur ist ja eben auch so ein Planet des Denkens, der Kommunikation und das ist auch noch mal so ein Zeichen. Erstens einmal würde ich auch sagen, mach, denke neue Gedanken, gehe neue Projekte an in dieser Energie, drück dich auch klar aus, was dir wichtig ist, aber versuch dich vielleicht dann auch und da kommt dann die Venus dazu, die uns da so ein Halbquadrat rein macht, von oben, vom Wassermann. Gehe vielleicht auch auf andere ein. Das ist eben so ein bisschen so diese Ermahnung in diesem Neumond-Horoskop. Also nicht nur aufs eigene schauen, auch wenn da ganz viel Kraft frei wird, sondern gehe auch auf andere ein und tausche dich auch ein bisschen aus. Vielleicht begegnest du auch anderen. Das ist natürlich auch eine gute Zeit, Frühlingszeit sowieso, bitte brauchen wir nicht reden, sich da ein bisschen zu, ja, auch einmal so erotisch zu sein, ein Flirt, neue Gefühle. Wir haben Venus-Konjunktion Mars im Wassermann, also da können so neue Flirts entstehen, das ist eine ganz gute Zeit, aber auch verbindliche, verbindliche Begegnungen können da entstehen. Denn Venus und Mars stehen in der Konjunktion von Saturn und der Saturn will natürlich schon immer, dass da etwas fester ist, dass da etwas, dass da etwas Bestand hat, dass da etwas dauerhafter ist. Der Saturn in Konjunktion mit dem Mars ist auch noch einmal so dieses Nimm dich eher ein bisschen zurück. Also da eher ein bisschen runter vom Gas. Mars ist ja so der Planet vom Wetter. Also da geht es ja auch um die Energie, um Kämpfen, um Kraft, um Durchsetzen. Und der Saturn tritt da ein bisschen auf die Bremse. Das heißt, gehe sparsam mit deinen Kräften um, verpulver nicht gleich alles und nehme dich auch etwas zurück oder raus. Was auch ein Zeichen ist für dieses ein bisschen, ein bisschen runter vom Gas oder runter von der Meinung, ist das Pluto-Quintil und zwar Pluto im Steinbock. Habe ich ja schon ein paar Mal besprochen hier im Kanal. Er macht ein Quintil eben genau hin zu Mond, zu Sonne und zu Merkur. Und da wird es auch für mich noch einmal heißen, was sind meine fixen Vorstellungen? Was ist meine Fixiertheit? Und wie kann ich diese ein bisschen umgehen? Vielleicht komme ich ein bisschen runter von eingefahrenen Meinungen. Also das wäre, glaube ich, eine ganz, ganz gute Zeit, eben ein bisschen diplomatischer zu werden und sich nicht zu versteifen auf das eigene. Also diesen Aspekt, wie gesagt, findet man immer wieder gespiegelt in diesem Neumondhoroskop wieder. Und was jetzt noch drinnen ist, ist die Konjunktion Jupiter-Neptun in den Fischen. Und der Neptun steht ja in seinem Heimathaus. Und da ist jetzt der Jupiter mit drinnen. Also das ist auch noch einmal so diese innere Sinnfindung. Die Sinnfindung in der eigenen Wirklichkeit forcieren. Also auch zu spüren, was treibt mich an? Was ist meine innere Wirklichkeit? Dass ich mich nicht manipulieren lasse von außen. Ja, also das heißt jetzt nicht, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt Kompromisse ein, heißt es nicht, dass ich mir selber untreu werde, sondern das heißt, im Gegenteil sollte das heißen, steht zu deiner Wirklichkeit. Sei ganz klar, was dich antreibt, was dich selber, was ist deine Wirklichkeit? Und suche diese auch weiter. Also schau wirklich, dass du in diese Wirklichkeit eintauchst. Und das ist natürlich mit dem Fischezeichen das Land der Träume, des Jenseits, was noch nicht so wirklich da ist. Also da kann man eigentlich so aus dem Vollen schöpfen. Man muss sich halt nur klar machen, okay, was ist eben wirklich meine Wirklichkeit? Und da stehen jetzt dann auch mit diesem Neumond-Horoskop absolut die Kräfte zur Verfügung, die dir dann helfen können, das auch umzusetzen. Also es ist ein sehr energiegeladenes Horoskop. Es kann natürlich auch sein, dass du in dieser Zeit ein bisschen so Unruhe, Nervosität empfindest. Und natürlich ist es im Außen irrsinnig viel los. Da brauchen wir eh nicht drüber reden. Und deshalb ist es eben natürlich wichtig, dieses Was ist meins? Was habe ich in der Hand? Und was kann ich durchsetzen und umsetzen, ohne dabei zu vehement, zu stur, zu rechthaberisch, zu dickköpfig zu sein, zu starrhalsig zu werden, sondern eben wirklich diese Energien sprießen zu lassen, meinen Weg zu gehen, aber dann auch das andere immer ein bisschen wahrnehmen zu können und auch zu achten. Und im Prinzip ist das ein Horoskop, das sehr trotz aller Energien für mich so ein bisschen zur Diplomatie einlädt. Trotz aller Energie lädt das für mich zur Diplomatie mit ein. Wir haben natürlich noch den Uranus im Stier und das sind ja der Wandel der Werte. Und der macht natürlich auch zu Sonne und Mond so einen gewissen Spannungsaspekt hin. Das heißt, es kann sein, dass du in dieser Zeit wirklich mit vielen Unsicherheiten und Sorgen konfrontiert wirst, eben durch diesen Wandel, der da stattfindet im Außen. Und da ist es einfach auch noch einmal so diese Einladung, bleib klar bei dir, also denke, denke für dich selber nach. Das ist eigentlich so ganz, ganz wesentlich mit dem Merkur. Denke für dich selber nach, lass dich nicht übermannen von irgendwelchen gesellschaftlichen Tendenzen oder Trends oder lass dich da jetzt einschüchtern oder unterkriegen. Denke für dich selber nach, bleib klar bei dir und dann werden diese Unsicherheiten, die dir im Außen begegnen werden, durch diese Umbrüche, die jetzt einfach stattfinden, auch nicht so schwer zu schaffen sein. Ja, das wäre mal so das Neumond-Horoskop für den Monat April. Ein energetisch, ich würde jetzt mal positiv deuten, ein positives Horoskop, das natürlich den einen oder anderen Holperer in sich bereithält, aber grundsätzlich ein schönes Horoskop. Und wir haben ja dann auch noch eine Finsternis in diesem Monat und da mache ich dann nochmal ein extra Video drüber. Wenn du selber mal eine astrologische Beratung in Anspruch nehmen möchtest bei mir, dann schreib mir einfach oder mach dir einen Termin aus unter meiner Homepage und ich freue mich über einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, teil das Video und wir sehen uns demnächst wieder. Dein Oliver Arini aus dem wunderschönen Linz. Alles Liebe und bleib gesund und zufrieden. Tschüss.